Pristina, auch Pristina oder Pristina, ist Hauptstadt und Regierungssitz des Kosovo. Die Stadt ist mit knapp 208.000 Einwohnern die größte Stadt des Landes und bildet dessen politisches, wirtschaftliches sowie kulturelles Zentrum. Sie ist zudem Verkehrsknotenpunkt des Kosovo. Zur Großgemeinde von Pristina gehören neben der eigentlichen Stadt noch 41 umliegende Dörfer. Pristina beherbergt das Hauptquartier der Anmig. Der OSZT-Mission im Kosovo und der EU-Mission Eulex im Kosovo sowie wichtige Institutionen wie das Parlament, die Regierung und den Sitz des kosovarischen Präsidenten, Geografie. Pristina liegt östlich des zentralen Kosovo in der historischen Landschaft Amselfeld auf 595 Meter. A. Umgeben ist die Stadt von den fruchtbaren Ebenen dieser Region, nur im Osten erheben sich die Hügel des Zegowak. In der Stadt gibt es keine Flüsse mehr. Die bis in die 1950er Jahre existierenden Flüsse, die Pristina, Pristina und die Velosa, Velusche, wurden durch Müll und Erde weitgehend zugedeckt und verschwanden aus dem Stadtbild. Die beiden mündeten einst in die Sydneyka, die westlich des Stadtgebiets nach Nordwesten fließt. Südöstlich von Pristina in den Bergen des Zegowak befindet sich der Grakanika-See, ein Reservoir mit etwa 5,5 Kilometern Länge. Klima In Pristina herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,4 Grad Celsius und einer Jahresniederschlagsumme von knapp 600 Millimeter vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 20 Grad Celsius, im Januar bei minus 0,6 Grad Celsius. Geschichte Antike Die Gegend von Pristina ist schon seit rund 7000 Jahren von Menschen bewohnt. Davon zeugen verschiedene zutagegebrachte Artefakte, die zufällig während Bauarbeiten gefunden wurden. Die Illyra gehören zu den ersten Siedlern der Region. Sie fanden damals eine weithin unberührte fruchtbare Ebene vor und begannen sie landwirtschaftlich zu bebauen, auch wie wurde gezüchtet. Mit den benachbarten Völkern und Stämmen, vor allem den Griechen, wurde rege Handel getrieben. Wahrscheinlich bildeten sich die Dadaner aus einem Illyrischstamm heraus. Ulpiana gehört zu den ersten stadtähnlichen Siedlungen der Illyra und zu den ersten Städten auf dem Gebiet Kosovos. Sie liegt einige Kilometer südöstlich Pristinas und wurde durch die Römer stark ausgebaut und befestigt. Nach dem Fall des Römischen Reiches gewann die antike Siedlung in Pristina an Bedeutung, nicht zuletzt durch die vielen Handelsstraßen des Balkans. Die sich hier kreuzten und die Stadt zu einem wichtigen Handelsort machten. Nachdem Ulpiana in der Spätantike aufgegeben wurde, gewann das nahegelegene Pristina an Bedeutung und trat an der Stelle als wirtschaftliches und politisches Zentrum der Region Mittelalter. Die erste schriftliche Erwähnung des Orts stammt aus dem Jahr 892 vom kroatischen Kness Mutimir. Im Mittelalter wurde die Siedlung im Zuge der Landnahme der Slaven auf dem Balkan durch serbische Stämme erobert und entwickelte sich zu einem der Zentren der mittelalterlichen serbischen Kultur. Sie diente unter der Herrschaft von Stefan Uaros II. Milutin und seiner Nachfolger auch als eine der Residenzen der serbischen Monarchen, in denen abwechselnd die jeweiligen Reichstage abgehalten wurden. Gleichzeitig erfolgte die Neugründung des unweit gelegenen Klosters Grakanika als Bischofssitz von Liplian sowie Milutins zuerst angedachter monarchischer Ruhestätte. Noch zu Anfang des 14. Jahrhunderts lag die Stadt an der Grenze zwischen dem Nehmann-Gittenreich und Byzanz. Unter Stefan Duschan wurde die Gräzisierung des serbischen Thrones und Gesellschaft verstärkt, die sich auch in der Einmischung in den byzantinischen Bürgerkrieg niederschlug. So wurde der von Stefan Duschan dabei favorisierte byzantinische Kaiser Kantaku Zenes im Juli 1342 in Pristina vom serbischen Königspaar mit großen Ehren empfangen. Infolge der Kaiserkrönung Stefan Duschans 1349 wurde die Stadt formal Duschans mit Regenten König Stefan Uaros V. unterstellt. Die südlichen Teile des serbischen Reiches fielen nach dem Tode Duschans 1355 an die MR in Javceviči. Pristina verblieb jedoch im Territorium von Zar Uaros V. In Pristina verfasste Uaros am 11. März 1365 eine Kata an die Söhne des Sebastokrators aus Oretmeladen, Grugur und V. U. K. Brankovic, deren Herkunfts- und Feudalgebieten in der Drenika standen. Die diese Durchstiftung großer Metohi in der Drenika und bei Eserbika an das Primatskloster der serbischen Kirche Jilanda zum maßgebenden Katheter des Klosters bestimmte. Der Schlacht an der Marika 1371 folgend fiel Pristina in den Besitz von Lazar Rebellanović, der auch das nahgelegene große Bergwerkszentrum Novo Brdeo und seinem Geburtsort Pripek als engerem ursprünglichen Feudalgebiet kontrollierte. Nachdem Lazar seine älteste Tochter Mara 1370 oder 1371 mit V. U. K. Brankovic vermählt hatte, übergab er seinem Schwiegersohn auch Pristina. In dem dieser darin sein Zentrum seiner Feudalenherrschaft einrichtete. In Pristina hatte V. U. K. seine Kanzlei, die mit der Republik Ragusa sowie dem Kloster Jilanda in wechselseitigen Korrespondenzen und Verträgen in symbolischer Erbfolge der Reichstradition der Nemanjitten auftrat. V. U. K. sicherte sich über seine Position als Katheter des Klosters Jilanda maßgeblichen Einfluss auf die serbisch-orthodoxe Kirche. In der von ihm herausgegebenen Jilanda-Goldbulle weiste er weite Ländereien um Pristina als Metohi der Klosterbruderschaft zu. Nachdem Pristina als Wuchsherrschaftssitz schon 1387 von einer von Murati, persönlich geleiteten großen osmanischen Streitmacht bedroht wurde, kam es nach intensiver Vorbereitung am 28. Juni 1389 zur historischen Schlacht auf dem Amselfeld. Die zwischen den beiden dominierenden Fürstentümern Serbiens mit einer Streitmacht des bosnischen Königs auf der einen sowie den Osmanen und ihrer Vasallen auf der anderen Seite ausgetragen wurde und in deren Ergebnis eine dauerhafte Präsenz der Osmanen sowie nachfolgend die prägende Wirkung auf den weiteren Verlauf der historischen Entwicklung der gesamten Balkan-Halbinsel eingeleitet wurde. Nachdem V.U.K. Brankowitsch in der Charta von 1392 an das Kloster Hilanda die Annahme des Friedensvertrag mit Bayesidi, wie der Annahme der Sozerenität des Sultans eingestehen musste, wurden auf dem Territorium der Brankowitschi in Zwecken und Jellaka militärische Besatzungen, Timare und Zollstationen durch die Osmanen eingerichtet. Zu allererst stellten diese noch kleinere Oasen innerhalb des Fürstentums, die über den Sandtag BEG in Skopje in der Absicht einer weiteren territorialen Eroberung überwacht wurden, nachdem Fürst Lassai in der Schlacht auf dem Amselfeld zu Tode gekommen war, wurde sein Leichnam bis 1392 in Pristina aufgebahrt, aufgesucht der Fürst Emelikau bei Bayesidi. Durfte er aber in einer feierlichen Prozession und anfolgenden Heiligsprechung aus Pristina in die eigentliche Grablage ins Kloster Ravanika überführt werden. Sultan Bayesidi, annektierte, nachdem V.U.K. Brankowitsch sich weiterhin unbordmäßig verhielt. Bis Ende 1395 Pristina und dessen gesamtes Fürstentum, seine Frau Mara emigrierte mit dem gesamten Vermögen der Familie nach Dubrovnik-Biaziti, konnte die Besitzungen der Brankowitschi und Pristina aber im Angesicht des Vordringens der Mongolen unter Timur 1402 nicht mehr effektiv in die osmanische Verwaltung integrieren und musste sie dem konkurrierenden Fürstentum der Lazarevitschi überlassen, da er im Feldzug gegen Timur auch auf die finanzielle und militärische Unterstützung von Stefan Lazarevitsch angewiesen war. Unter Stefan Lazarevitsch blühten nach der vernichtenden Niederlage der Osmanen bei Ankara Bergbau und Handel auf. Dem Despotat bescherte dies einen kurzfristigen bedeutenden kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung sowie eine Atempause vor der erneuten Eroberungspolitik der Osmanen. Pristina stieg gleichzeitig zu der nach Srebrenica zweitwichtigsten Handelskolonie der Republik Ragusa auf. Es überholte als Handelsort bald auch das früher bedeutendere Trepka und war der primäre Handelsort auf dem Gebiet des Kosovo, in der die größte Anzahl Ragusa-Kanzleien bestand. Durch kapitalintensive Investitionen in den Bergwerksbetrieb etablierte sich eine protokapitalistische Ökonomie, in der die Bergwerksstädte und Bergmänner nach deutschem Vorbild eigene Statuten erhielten. Geldverleih und Zins eingeführt wurden sowie Städte erstmals auch in Form eines neuen Stadttyps im TRG sich im Kontext einer europäischen, städtischen Ökonomie und städtischen Gerichtsbarkeit bewegten. Diese Periode eines allgemeinen soziokulturellen Aufbruchs wurde nach der neuerlichen Eroberung Novo Beerdos und Pristinas am 1. Juni 1455 durch Mehmed II. sowie der letzten serbischen Residenzstadt Smedrevo 1459 mit der Annexion aller verbliebenen serbischen Feudalgebiete durch die Osmanen beendet. Damit wandelte sich insbesondere das ökonomische Fundament der Gesellschaft. In dem der zentralisierte osmanische Staatsfeudalismus den Adelsfeudalismus des christlichen Reiche ersetzte und ehemals privater Feudalbesitz in Gänze dem osmanischen Staat zu viel. Zusammen mit den durch Plünderung und Vertreibung verursachten Bevölkerungsverlusten in den christlichen serbischen Gemeinden führte dies zu einer lang andauernden wirtschaftlichen Rezession der im Silberhandel reich gewordenen Handelsstädte. Früh osmanische Zeit während der osmanischen Zeit breitete sich in der Stadt der Islam aus. Er war sunnitisch geprägt und verdrängte weitgehend das Christentum, während die Serben orthodox blieben. Konvertierte der Großteil der Albaner zur neuen Religion. Eine Minderheit von ihnen blieb jedoch beim alten Glauben der römisch-katholischen Kirche. Während der osmanischen Zeit erlebte Pristina eine neue Blüte im Handel und in der Kultur. Es entstanden zahlreiche Moscheen, Hameme, Karawansereien und Tecken. Auch die Infrastruktur wurde gebessert. Straßen wurden erstellt oder erneuert und auch viele Brücken entstanden zu dieser Zeit. So entstand die erste Moschee im späten 14. Jahrhundert, als das Osmanische Reich im Zuge der Eroberung des Balkan auch Pristina einnahm. Der osmanische Schriftsteller und reisende Eflia Celebi erzählt 1662 in seinem Reisebuch von der Stadt. Nach seinen Angaben bestand einst eine Festung, die vom serbischen König Milutin errichtet und 1389 während einer Belagerung durch die Osmanen unter Führung Sultans Murati zerstört wurde. Diese Festung konnte mit Hilfe von Archäologen in den letzten Jahrzehnten zwischen dem heutigen Orturm und dem Nationaltheater lokalisiert werden. Punkt. Celebi sei von den prächtigen Gärten und Weinbergen der Stadt beeindruckt gewesen. Die Stadt gehörte damals zum Sens Chakwustri und umfasste ca. 2000 Familien. Das wirtschaftliche Leben der Stadt wurde durch das Gildensystem beherrscht, wobei die Gerber und Bäcker die Preise kontrollierten. Unfairen Handel begrenzten und als Banken für ihre Mitglieder auftraten, während des österreichisch-türkischen Krieges im späten 17. Jahrhundert erklärten die Bürger von Pristina unter der Führung des albanischen katholischen Priesters Pechita Bogdani ihre Loyalität der österreichischen Armee und unterstützten sie im Kampf gegen das Osmanische Reich. Das Jahr 1874 markiert einen Wendepunkt für die Stadt. Im selben Jahr beginnt der Zugverkehr zwischen Thessaloniki und Mitrovica und der Sitz des Villajet-Pritzren wurde nach Pristina verlegt. Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Pristina zum osmanischen Villajet-Kosovo. Seit 1877 war es Sitz der Regionalverwaltung eines eigenen Sens Chak. Meyers Konversationslexikon von 1888 bezeichnete die Stadt als Hauptwaffenplatz der westlichen Balkan-Halbinsel. An der Eisenbahnstrecke Saloniki mit Provica. Es sei Sitz eines griechisch-orthodoxen Bischofs, habe 13 Moscheen, einen Basar, Bäder und rund 8000 Einwohner. Pristina und die umliegende Region sind für die albanische Geschichte von großer Bedeutung. Hier war eines der Zentren des albanischen Widerstands gegen das osmanische Sultanat und führten zur Herausbildung der literarischen Epoche der Rilindia. Gesandte aus Pristina waren an der Gründung der Liga von Pritzren mitbeteiligt, die den Widerstand und die Autonomiebestrebungen der Albaner zu koordinieren versuchte. Diese kontrollierte sogar für kurze Zeit die Verwaltung des Villajets Kosovo in Nyskip. 20. Jahrhundert im Januar 1912 wurde die Stadt von durch Hassan B. E. J. Pristina geführte albanischen Rebellen befreit und damit das Ende der über 450-jährigen osmanischen Herrschaft herbeigeführt. Doch schon im August kam sie wieder in osmanische Hand. Am 22. Oktober 1912 griffen serbische Truppen die Stadt an. Laut Berichten des albanischen Erzbischofs von Skopje, Leysa M. Jeda, missbrauchten während der Eroberung der Stadt die Albaner unter Führung osmanischer Offiziere die Parlamentärflagge und töteten dabei zahlreiche serbische Offiziere und viele Soldaten. Als Racheakt sollen die serbischen Soldaten in den Tagen danach ein Massaker an geschätzten 5000 Albanern der Stadt verübt haben. Im Ersten Weltkrieg war die Stadt 1915 durch Bulgarien besetzt. Anschließend von 1915 bis 1918 von österreichisch-ungarischen Truppen, danach fiel sie wieder an das Königreich Jugoslawien. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Pristina dem italienischen Besatzungsbereich unterstellt und dem großalbanischen Vasallenstaat zugeschlagen. 1943 folgte die deutsche Wehrmacht als Besatzer. 1944 eroberten jugoslawische Partisanen die Stadt, die danach in den jugoslawischen Staat eingegliedert wurde. Nach einem Dekret der jugoslawischen Regierung erhielt Pristina 1974 den Status der Provinz Hauptstadt der innerhalb Serbiens neu gegründeten, sozialistischen autonomen Provinz Kosovo. Diesen Status verlor sie nach 15 Jahren wieder und war Schauplatz vieler blutiger Demonstrationen und Proteste von Freiheit und Autonomie fordernden Studenten. Bevölkerung Pristina ist die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und hat nach aktueller Zählung 198.897 registrierte Einwohner. 99.361 davon waren männlich und 99.536 waren weiblich. Die Gemeinde ist mehrheitlich von Albanern bewohnt. Sie stellen mit 194.452 Personen die größte Ethnie dar. Zur größten Minderheit zählen die Türken mit 2.156 Personen. Die restlichen 2.289 Personen gehören anderen Minderheiten an, unter anderem den Aschgali und den Serben oder bekannten sich zu keiner ethnischen Gruppe, die Religion mit den meisten Anhängern ist der Islam. 193.474 Personen zählen sich als Muslime. Die größte religiöse Minderheit bilden die Katholiken mit 1170 Personen. Vom Bevölkerungsstil, der über 15-jährig ist, sind 51,25% erwerbstätig. Davon sind 27,67% arbeitslos. Kultur. Kulturelle Einrichtungen. Pristina ist kulturelles Zentrum des Kosovo. Hier befinden sich das Nationaltheater, der Jugendpalast, die Nationalbibliothek, das Museum des Kosovo und weitere Einrichtungen. Die für das Land von großer Bedeutung sind Veranstaltungen. Seit 2009 findet in der Hauptstadt das Priefilmfest statt, das bedeutendste Filmfestival des Landes. Auch die Wahlen zur Miss Kosovo finden meist hier statt. Sport mit dem Kf Pristina und dem Kf High Valley spielen zurzeit zwei Fußballvereine aus der Stadt in der höchsten Liga des Kosovo. Der Ralf-Eisen-Superliga. Weitere Fußballvereine aus der Stadt laufen in den unteren Ligen auf. Darüber hinaus beheimatet die Stadt mit Sigal Pristina und Kerasan Pristina zwei Basketballvereine, die in der kosofarischen Basketball-Super League konkurrieren. Sigal Pristian ist erfolgreichster Basketball-Club des Landes und gewann zehnmal die kosovarische Basketball-Super League, elfmal den Kosovo Cup, dreimal den Kosovo Super Cup, sowie im regionalen Wettbewerb 2015 und 2016 zweimaliger Meister der Balkan League. Der Palast der Jugend und des Sports ist eine Mehrzweckhalle, die der Austragung verschiedener Sportarten in der Stadt dient und befindet sich in einem einzigartigen Bau in unmittelbarer Nähe zum Fußballstadion. Der Palast der Jugend und des Sports beinhaltet zwei Hallen mit einer Kapazität von jeweils 8.000 Zuschauerplätzen in der großen und 3.000 Zuschauerplätzen in der kleinen Halle. Der sich darin befindliche Palast der Jugend hat eine Fläche von 8.136 Quadratmeter, das Einkaufs- und Freizeitzentrum eine Fläche von 8.124 Quadratmeter, sowie die Mehrzweckhalle eine Fläche von 32.440 Quadratmeter. Das Objekt wurde 1977 nach einem erfolgreichen Volksbegehren der Bürger der Stadt errichtet. Am 25. Februar 2000 fiel das Objekt jedoch einem großen Feuer zum Opfer und konnte seitdem nur teilweise wiederhergestellt werden, sodass die große Halle seitdem außer Betrieb steht. Der Palast der Jugend und des Sports wird zudem für den Futsal, Handball, Athletik, Volleyball und weiterer diverser Sportwettbewerbe sowie Konzerte Ausstellungen, Messen, Tagungen und Kongresse genutzt. Darin befinden sich außerdem noch Restaurants, Bars, Wellness, 6D, Kino, Einkaufs- und Parkmöglichkeiten für Besucher. Auf dem Vorplatz des Palastes der Jugend und des Sports befindet sich das Newborn-Denkmal, das anlässlich der Ausrufung der Unabhängigkeit des Kosovo am 17. Februar 2008 aufgestellt wurde und weltweite Aufmerksamkeit erregte und seitdem als Wahrzeichen der Stadt gilt Trivia Aus Dankbarkeit gegenüber den USA für deren Unterstützung der Unabhängigkeit Kosovos sind mehrere Straßen der Stadt nach früheren US-amerikanischen Politikern benannt, wie beispielsweise der Boulevard die Bill Clinton und die Erroger Robert Dull, die Sehenswürdigkeiten. Christina wurde während der jugoslawischen Zeit stark modernisiert, sodass viele alte Gebäude verschwanden. Während des Kosovo-Krieges wurden außerdem etliche Baudenkmäler stark beschädigt oder zerstört. Trotzdem gibt es heute noch einige sehenswürdige Bauten, meist aus osmanischer Zeit. Ethnologischer Park im NGQ In der Altstadt von Pristina gelegen gilt das Ensemble als bestes Beispiele für regionale Stadtarchitektur im Kosovo. Die frühere Stadträsidenz einer reichen kosovarischen Familie aus dem 18. und 19. Jahrhundert besteht aus drei Hauptgebäuden, die um zwei Höfe gruppiert sind. Die Ausstellung im Inneren dokumentiert das traditionelle Leben der früheren Kosovo-Albaner. Großer Hammam Das Gebäude liegt nordwestlich der Sultan Mehmet II. Al-Fatich Moschee Es wurde am Ende des 15. Jahrhunderts errichtet. Der Platz zwischen Moschee und Badehaus ist im Frühjahr- und Sommertreffpunkt älterer Einwohner. Das Gebäude ist eines der wenigen noch erhaltenen Beispiele für osmanische Badehäuser im Kosovo. Nach Angaben der UNESCO befindet es sich in einem sehr verwahrlosten Zustand. Die anfänglichen Kosten für eine Renovierung werden auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Mutter Teresa Kathedrale zurzeit befindet sich in der kosovarischen Hauptstadt eine große römisch-katholische Kathedrale in Bau. Sie soll das neue Gotteshaus der Katholiken in Pristina werden. Neben der Kathedrale sollen zudem ein Bischofshaus, eine Grundschule, ein Schwesternheim, ein Kindergarten, ein Begegnungszentrum, eine Bibliothek und ein Theater entstehen. Finanziert wird das Projekt von der römisch-katholischen Kirche des Kosovo und der Stadtverwaltung von Pristina. L.L.A.P. Moschee Die 1470 gebaute Moschee liegt außerhalb des Stadtzentrums und ist eines der ältesten Baudenkmäler. Sie besteht aus einer Vorhalle und einem 6 Meter im Quadrat großen Gebetsraum mit einem steinernen Mayrab und einer ebenfalls steinernen Minbar. Mit stalaktitenförmiger Überdachung. Das Minarett besteht im unteren Teil aus Quader im oberen aus Ziegelsteinen. Die Moschee wurde im Kosovo-Krieg 1999 durch Brandstiftung weitgehend zerstört, ist jedoch heute wieder renoviert. Große Moschee Die Moschee wurde 1460 von Sultan Mehmet II. Im frühkonstantinopolischen Stil erbaut, sieben Jahre nach dem Fall von Konstantinopel und neun Jahre, bevor er in der zu Istanbul umbenannten Stadt seine Moschee errichtete. Sie liegt in der historischen Altstadt und gehört zu den ältesten architektonischen Denkmälern der Stadt. Weitere Moscheen Die Yasha-Pasha-Moschee und die Kashi-Moschee zählen zu den bedeutendsten und ältesten islamischen Sakralbauten der Stadt. Urturm Der Urturm wurde im 19. Jahrhundert erbaut und steht in der Nähe der Yasha-Pasha-Moschee. Politik Nach den Kommunalwahlen 2013 hat Levitia Vitev in die OSJT der LDK nach 14 Jahren die Position der lokalregierungsbildenden Partei entzogen. Legislative Das Parlament der Großgemeinde besteht aus 51 Mitgliedern und setzt sich seit den Wahlen 2013 aus Mandaten der folgenden Parteien zusammen. 18 LDK 10 VV 8 PDK 4 AKR 3 AAK 2 PD 2 LB 1 KDTP 1 Part CIA 4 Te 1 1 Serbische Liste 1 Unabhängig Exekutive Seit 2002 war Isar Mustafa Bürgermeister der Stadt. Er wurde 2007 und 2009 wiedergewählt. Bei den Kommunalwahlen 2013 wurde Spend Ameti zum Bürgermeister gewählt. Judikative Der Gerichtsbezirk von Pristina umfasst neben der Hauptstadt auch die benachbarten Gemeinden von Glogo, Krakanika, Libjan, Podoyefa, Fusche, Kosova und Obelik. Das grundliegende Gericht dieses Bezirks hat seinen Sitz in der Hauptstadt und besteht aus 58 Richtern. Auch das 34-köpfige Appellationsgericht und die 27-köpfige Staatsanwaltschaft von Pristina sind für diese Zone zuständig. Nicht nur regional, sondern auch national spielt die Stadt im Justizsystem des Landes eine wichtige Rolle. Der oberste Gerichtshof mit 27 Mitgliedern und das Verfassungsgericht der Republik Kosovo haben ihren Sitz in der Hauptstadt. Gemeinde, Gliederung, Städte, Partnerschaften Pristina unterhält Partnerschaften mit fünf Städten, Türkei, Ankara, Türkei, Albanien, Dores, Albanien, Pakistan, Karachi, Pakistan, Montenegro, Podgorika, Montenegro, Albanien, Tirana, Albanien, Belgien, Namur, Belgien, Wirtschaft, Gewerbe und Industrie. Obwohl dieser Wirtschaftszweig in der Stadt wie auch im ganzen Land seit dem Zerfall Jugoslawiens zum großen Teil brach liegt, haben sich einige größere Unternehmen etablieren können, die unter anderem Nahrungsmittel, pharmazeutische Produkte, Schmuck und Textilien herstellen. Das größte Gewerbe- und Industriegebiet befindet sich an der Straße nach Fusche, Kosovo, die die Hauptstadt auch mit dem Bahnhof der Trainkos in diesem Ort verbindet, Dienstleistungen und Handel. Der Großteil der Bevölkerung arbeitet heute in diesen beiden Sektoren, die vor allem seit dem Ende des Kosovo-Krieges hohe Gewinne verzeichnen konnten. Pristina ist heute Sitz zahlreicher national operierender Firmen wie die Nationale Post, die Telekommunikationsunternehmen PTK, IPKO und TK, das Mobilfunkunternehmen Waller und die Banken NLB Pristina, Prokreditbank Kosovo, Raiffeisenbank Kosova. Auch die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen haben ihren Sitz in der Hauptstadt. Im Südwesten der Stadt entsteht seit einigen Jahren ein neues Geschäfts- und Handelszentrum. Unter anderem wird seit 2008 am Inc. City Center gebaut, das eine Höhe von 165 Metern aufweist und in das etwa 400 Millionen Euro investiert wurden. Auch das neue Kongresszentrum entsteht dort. Weitere Sektoren auch in der Landwirtschaft und im Bauwesen sind viele Einwohner der Stadt beschäftigt. Eher wenig prosperierend ist der Sektor des Tourismus, der nicht sehr entwickelt ist. Medien Pristina ist das Medienzentrum des Kosovo. Hier hat die einzige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, Radio Televisunii Kosovis, ihren Sitz, der einen TV-Sender und zwei Rundfunkstationen betreibt. Dazu kommen weitere private TV-Sender wie RTV 21, KTV 21, Populore 21+, TV-Klan und weitere. Die Redaktionen der landesweiten albanischen Tageszeitungen wie Kohaditore, Buta Sot, Epocaere, Gazeta Express und andere haben auch ihren Sitz in Pristina.